Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wie man bei einem Wirpelgerät, also bei mir sind es jetzt die Alpha Prime Sticks, eine Analogachse zu einem Button macht. Warum würde man das tun wollen? Ich zeige euch das einmal. Ich habe hier an meinem Stick so einen Analogstick, also so einen kleinen Daumenstick, den kann ich nach links, nach rechts, nach oben und nach unten bewegen. Und dieser Daumenstick, der sendet ein Achsensignal. Was ist ein Achsensignal? Das ist ein Signal, das sich irgendwo zwischen 0 und 100 Prozent einpegelt. Also wenn ich den in der Mitte stehen habe, ist er bei 50 Prozent, bewege ich den nach links, geht er langsam zu 0, bewege ich den nach rechts, geht er langsam auf 100 Prozent. Damit kann das Spiel nichts anfangen, wenn ich einfach nur zum Beispiel Lagpip einschalten will. Da will es einfach nur ein Ja oder Nein, also ein Button im Prinzip. Ich drücke einen Knopf und dann weiß es, jo, schaltet es ein. Oder ich drücke den Button halt nicht, dann wird es nicht eingeschaltet. So, wenn ich jetzt versuche, das Bewegen dieses Analogsticks auf eine solche Button-Funktion zu drücken, ich versuche das mal kurz, dann passiert exakt überhaupt nichts, weil der Joystick sendet ein Achsensignal, das Spiel erwartet aber ein Buttonsignal. Das heißt, ich kann diesen Analogstick, den ich an meinem Joystick habe, nicht nutzen, um eine solche Funktion auszulösen. Und das wollen wir ändern. Dazu müssen wir ein paar kleine Tricks in der Wirbel-Software vornehmen und die zeige ich euch jetzt. So, das ist das Wirbel VPC Configuration Tool und das Erste, was wir machen müssen, ist gucken, dass wir den richtigen Joystick ausgewählt haben. Mir geht es hier um den rechten Joystick und hier habe ich jetzt unterschiedliche Achsen angezeigt. Und wenn ich meine Achsen jeweils bewege, dann verändern die sich. Ich schiebe zum Beispiel meinen Joystick nach vorne und dann sehe ich, oh, die Y-Achse verändert sich. Drücke ich ihn nach links, sehe ich, die X-Achse verändert sich. Wenn ich den Daumenstick bewege, dann verändert sich diese RX- und RY-Achse. So sind die hier benannt. Die heißen dann Rotation X, Rotation Y. Dafür steht das R. Und jetzt will ich einmal gucken, welche ist denn die Achse, die ausgelöst wird, wenn ich den Stick nach links und nach rechts schiebe. Dazu drücke ich den Stick einmal ganz nach links und dann sehe ich, ach, guck mal, die RX-Achse ist auf 0%. Ich drücke ihn ganz nach rechts. Ah, die RX-Achse ist auf 100%. Also wenn ich den Daumenstick ganz nach links, ganz nach rechts bewege, dann bedient das diese RX-Achse. Und jetzt wollen wir diese Achse so verändern, dass daraus Buttons werden. Ich mache einen Doppelklick drauf und jetzt sehe ich hier einmal die Achse angezeigt und kann hier auch den Stick nach links bewegen. Ich kann ihn nach rechts bewegen und ich sehe jetzt hier im Prinzip immer ein Prozent angezeigt, was der Joystick an das Spiel sendet. Jetzt würde er zum Beispiel 8% senden, jetzt würde er 83% senden. Also ich will, dass aus dieser Prozentzahl ein Button an und Button aus wird. Und dazu wähle ich hier bei Access to Button manchen Haken bei 0 bis 20% und 81 bis 100%. Was bewirkt das? Wenn ich jetzt den Stick ganz nach rechts schiebe, kommt der irgendwann über 80% und in dem Moment, wo der Stick über 80% ist, sagt das System, der Button ist gedrückt. Und wenn er wieder unter 80% fällt, sagt das System, der Button ist jetzt nicht mehr gedrückt. Das gleiche auf der anderen Seite. Unter 20% der Button ist gedrückt, wieder über 20% der Button ist nicht gedrückt. Also es geht darum, dass wir nicht nur diese Prozent an das Spiel senden, sondern auch dieses Kommando Button ist gedrückt oder Button ist nicht gedrückt. Und das passiert jetzt immer, wenn wir über 80% oder unter 20% sind. Das müssen wir einmal speichern und dann müssen wir das ganze Gerät speichern, damit es übernommen wird. So, jetzt gehe ich einmal rüber von der Achsenanzeige auf die Buttonanzeige. Und hier unten kann man immer in der Vorschau sehen, welche Buttons gerade gedrückt sind. Und also drücke ich jetzt rechts meinen Trigger, mit dem ich schieße, dann sehe ich hier, der Button 4 leuchtet kurz auf. Und jetzt bewege ich mal den rechten Analogstick nach links und nach rechts. Und dann sehe ich, hier sind jetzt Button 35 und 36. Die waren tatsächlich vorher noch nicht da. Die leuchten hier jetzt neu. Und das sind die Buttons, die gedrückt werden, wenn ich meinen Stick ganz nach links schiebe oder meinen Stick ganz nach rechts schiebe. Und die müssen wir jetzt noch anlegen. Also die Software weiß noch nicht, dass sie diese Buttons auch ans Spiel senden soll. Dafür gibt es hier rechts so eine Liste. Und hier sehen wir jetzt, wir können neue Buttons hinzufügen. Also machen wir mal einen neuen Button. Der heißt jetzt zufällig schon Button 35. Und dem weisen wir jetzt den physischen Button 35 zu, weil das der ist, der hier geleuchtet hat. Wenn ich also meinen Stick nach links schiebe, das ist Button 35. Deswegen schreibe ich hier Button 35 rein. Save. Und das gleiche mache ich nochmal für den 36er. Wenn ich den Stick nach rechts schiebe, leuchtet die 36 auf. Und dann schreibe ich hier Button 36 rein. Save. Und jetzt drücke ich einmal auf Save Device wieder. Und dann ist die Sache eigentlich schon gespeichert und fertig. Ich zeige euch trotzdem einmal nochmal kurz meinen linken Stick. Da ist es nämlich komischerweise ein bisschen anders. Als ich das gleiche beim linken Stick gemacht habe, hat er für den Daumen-Stick hier nicht 35 und 36 genommen, sondern er hat 81 und 82 belegt. Ich habe keine Ahnung wieso, aber dann habe ich hier jetzt halt bei Button 33 entsprechend den physischen Button 81 zugewiesen. Weil das der ist, der hier unten leuchtet, wenn ich den Daumen-Stick nach links drücke. Also ein bisschen gucken, was ist hier unten am Leuchten und die beiden Buttons, die hier jetzt leuchten, das sind die, die ihr in die Liste eintragt. Und dann passt das. Letzter ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir jetzt zurück zu Star Citizen wollen, müssen wir Star Citizen einmal komplett neu starten. Das ist immer so, wenn wir was in der Wirbel-Software verändert haben, dann ist es notwendig, dass Star Citizen einmal komplett neu gestartet wird, damit es die Änderungen in der Wirbel-Software auch anerkennt. So, ich bin jetzt zurück in meinem Tastenbelegungsmenü und habe jetzt hier irgendwas rausgesucht. Ich nehme mal Open All Doors und das ist eine Eingabe, die eigentlich einen Button erfordert und wo ich normalerweise mit einer Achsenbewegung die Taste nicht hätte belegen können. Aber wenn ich jetzt mit meinem rechten Daumen-Stick das Ganze mache, dann sehe ich, ich beinde jetzt hier den Button 36 drauf. Das ist der, den wir gerade entsprechend benannt haben, auch in der Software unten. Button 36, den haben wir gerade gemeinsam neu erstellt. Und dann könnte ich Close All Doors nehmen, schiebe meinen Analog-Stick nach links und dann ist das Button 35. Und so haben wir aus einem Achsen-Input, der vom Joystick gesendet wird, einen im Prinzip virtuellen Button gemacht, der von Star Citizen auch als Button erkannt wird. Und wir können jetzt diesen Analog-Stick benutzen, um ganz normale Buttons auch in Star Citizen zu drücken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Viel Spaß beim Rumprobieren. Und wenn ihr mehr Tipps und Tricks für Star Citizen und auch für den Umgang mit euren Joysticks haben wollt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da.